Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Community Commentary, WoW BFA Visionen. Heute die von Sturmwind aus Sicht eines Disziplinpriesters, also eines Heilers, mit gewissen Vorzügen und das Ganze natürlich nicht mit einer, nicht mit zwei, sondern mit allen fünf Masken, also den Dingern, die uns Bonus-Affixe geben, was wir hier schon sehen können. Die Mobs haben mehr Leben, machen mehr Schaden, wir kacken solche Void-Pools, verlieren eher geistige Gesundheit, also größere prozentuale Anteile und so weiter. Und er startet hier mit einem großen Pull, den habe ich mir nicht mal zugetraut, als ich mit meinem unheilig Todesruder hier drin war, aber als Diszi hat man natürlich auch so ein bisschen die Vorzüge des dauerhaften Geheiltwerdens, wenn man eben entsprechende Effekte auf sich aufrechterhält und das scheint er hier zu machen, deswegen verliert er auch nicht so viel Leben, selbst wenn er hier das Opfer von diversen Effekten ist, die natürlich nicht ganz so schön sind, wie die eigene Sühne, sondern eher in Richtung Gedankenschinden gehen. Demnach sehr deutlich der Leere und den Schatten zuzuschreiben sind und darum kriegen wir davon auch in die Fresse. Denn alles, was hier lila ist, alles, was hier unheilvoll leuchtet, das sollte natürlich vermieden werden oder man sollte vermeiden, da reinzugehen. Das macht er auch ganz gut hier, versucht immer auf Range zu bleiben, hat hier seinen Schattenkumpel dazu gerufen, kickt den Gegner zurück, den anderen hat er sofort mit dem entsprechenden Verderbnisstern auch richten können. Super Geschichte und das ist natürlich generell so eine Sache, die kennen wir an sich, die kennen wir vor allem seit Legion, seit den Anfängen von M+, seit dem Magier-Turm, aber auch aus den verschiedensten PvE-Replays auf meinem Kanal. Die Heiler, die haben natürlich auch Verderbniseffekte und nehmen sehr, sehr gerne auch welche mit, wenn es auf Zeit geht, die entsprechend Schaden verursachen. Das kann wie hier der fallende Stern sein, das kann so ein Zwielichtlaser sein, da haben wir ja ganz, ganz viele Möglichkeiten und die helfen natürlich auch sehr. Da sehen wir es gerade wieder, jawohl, wie die Sterne hier runterkrachen, Junge, und zack ist der Mob da hinten schon kaputt. Wenn die günstig brocken, wenn das läuft und ihr dann nicht Opfer eurer eigenen negativen Verderbniseffekte werdet, dann beschleunigt das Ganze natürlich immens. Er guckt hier auch in die Ecken, er sucht anscheinend die Kristalle, die bei Abgabe bei den Astralen dann Bonus-Gegenstände geben, Gegenstände im Sinne von Marken, die wir dann wieder für Mauns und Co. investieren können oder die wir eben nutzen können, um im Talentbaum der Mutter alles fertig zu skillen. Aber da gehe ich stark davon aus, dass er das bereits getan hat, hat er hier auch seine Gabe der Titan bereits angeworfen, Wissen war ein richtig geiler Proc, ihr habt unglaublich viel Tempo und ihr seid immun gegen den Verfall von geistiger Gesundheit, also ganz, ganz wichtiges Ding, wenn das immer mal kommt, dann kann man sich sicher sein, dass man gerade gnadenlos reinrümmeln kann. Ansonsten zum Disci, wenn ihr euch selber den Abbitteneffekt gebt, das sehen wir oben immer wieder, das ist ein Buff, ein leuchtender Hintergrund, mit so einem Männchen, was da vorsteht, wenn man es jetzt an dem Icon entsprechend suchen möchte. Und wenn man das hat, dann kriegt man eben auch von dem verursachten Schaden des Discis einen gewissen Prozentsatz an Heilung ab. Also alle, die davon betroffen sind, er ist jetzt hier alleine drin, demnach betrifft das natürlich auch nur ihn. Und es kann sich lohnen, hier zum einen die Kristalle zu sammeln, weil die, wie gesagt, einen Haufen Verfluchter Andenken zusätzlich geben können, wenn man die Zeit hat, nach ihnen zu suchen. Und natürlich schaut er ja auch nach den Elixieren, da haben wir uns auch sehr oft drüber unterhalten, wir sehen es oben auch sehr schön, er hat da einige, die laufen nur vier Minuten, da hat er also einmal das Fläschchen genommen, wir haben einige, die laufen 20 Minuten, um die muss er sich nicht so große Sorgen machen. Ja, wenn man mehrmals dasselbe Fläschchen trinkt, mit demselben Effekt, dann stapelt sich das eben. Und das sollte man auch versuchen, denn wenn die ablaufen, gibt es immer einen negativen Effekt, dass man sich vier Sekunden lang stunt und sich übergeben muss, oder dass man panisch und brennend wegrennt, in andere Mops und Bosse reinrennt und was nicht alles. Hatten wir tatsächlich auch schon, aufmerksame Zuschauer der Mad Moments kennen diese Situation, auch aus unserer illustren Truppe und das ist wirklich alles andere als angenehm. Oh, die Verderbnistumore, da reitet er einfach drüber, denkt sie, ich bin der Diszi, ich mache das hier und arbeitet sehr, sehr schön mit einer Mischung aus natürlich der Läuterung des Bösen und auch der Heiligen Nova hier gerade. Das Schöne ist, wenn man die Läuterung skillt, das müsste, lasst mich lügen, Schattenwort Schmerz ersetzen, dann ist das eben ein entsprechend verstärkter Dot. Und wenn ihr ein Ziel damit getroffen habt, der Dot also tickt und dann auf dieses Ziel Sühne wirkt, dann kann das Ding auch noch überspringen, kann also super nützlich sein, gerade wenn man hier mit mehreren Gruppen, mit mehreren Mobs unterwegs ist und da nicht jeden eins, wenn extra damit durchklicken möchte, zum Pool macht er das hier immer sehr schön, versucht sich dann in Reichweite auch von diesem Drachenodem-Effekt zu bringen. Und ganz wichtig, bevor er hier wahllos Elixiere trinkt, das hat er am Anfang ja sehr schön gemacht, wo er auch die Truhe freigespielt und anschließend gelootet hat, da liegt in dieser Ecke, gleich wenn man am Anfang hier reinkommt, auf der rechten Seite, dieser Verstorbene, neben ihm ein Elixier und logischerweise können wir schlussfolgern, sind ja alles Detektive hier. Der ist gestorben, weil er dieses Elixier getrunken hat, mit der entsprechenden Farbe und die sollte man meiden, alle anderen kann man trinken und sollte eben versuchen, möglichst viele Stapel davon anzuhäufen, beziehungsweise Stapel sind es ja nicht, aber die Zeit, die geht dann eben nach oben. Und da die Zeit hier sehr, sehr wichtig ist, schön, wo er den Mob hier hinkaltet, ich glaube, so weit weg vom generellen Poolpunkt habe ich den auch noch nicht gefeiert. Höchst interessant, die Affixe setzen ihm hier auch nicht wirklich zu, ganz im Gegenteil, gerade das Hüpfen von den brennenden Füßen hat ihm hier gerade nochmal einen guten Katapult-Effekt nach hinten beschert und auch hier haben wir ein Häuschen, auch einen Sturmwind. Am Anfang im Kathedralenviertel hat er ja gleich eins leergeräumt, hat den Mob da gefeiert, sich den Bonus-Buff über den Kill abgeholt. Muss hier natürlich mit den brennenden Füßen sehr doll aufpassen bei diesen Minen, die töten ihn zwar nicht, aber die porten ihn wieder zum Eingang des Hauses. Deswegen macht er hier so kleine Tippelschritte und hat den Jump jetzt genutzt, um aufs Geländer zu kommen, jawohl, oben den Detonator berührt und zack, auch da wieder einen Bonus-Buff rausgeholt. Ja, wenn ihr diese Häuschen an den Seiten seht und die sind offen und ihr habt die Zeit, dann kann es sich lohnen, da reinzuschauen, kann eben 10% Crypt-Tempo leben und so weiter bringen. Deswegen, da sollte man auf jeden Fall dran denken. Auch auf Hortenseite haben wir sowas, ne, da kann man den Schmied fighten, wenn er da ist, da kann man Garmon aus dem Gasthaus holen, wenn er da ist. Muss aber natürlich aufpassen, auch diese Mops sind nicht ganz ohne. Auch in Stormwind im Handelsviertel haben wir zum Beispiel diese Gildenbank, die lebendig geworden ist, ne, weil man sie nicht gepflegt hat, ist sie jetzt sehr rachsüchtig. Und auch da muss man entsprechend aufpassen. Oh, die Käfer, ich wollte gerade sagen, da ist er nochmal gesprungen, bevor die anfangen, Eier in seine Ohren zu legen. Das möchte man gern vermeiden, Freunde. Deswegen natürlich immer so ein gut gelauntes Hüpfen bei den Käferchen, sonst werdet ihr selbst zum Käfer. Ne, nichts mit Eier legen, nichts mit grusige Horror-Alien-Geschichten, nö. Und nichts mit parasitären Einlagen, sondern ihr seid dann selber der Käfer und das wollen wir gerne vermeiden. Ich glaube, es gab so einen ähnlichen Debuff, wenn er hoch genug gesteckt ist, ne. In Uldum, in den 8-3-Uldum-Gebieten, wo man dann auch, wenn man zu viele dieser lustigen Käfer gepult hat, dann zu oft gestochen wurde und dann wurde man einer von ihnen. Ja, das wollen wir natürlich vermeiden. Jo, Verderbnis hält sich bei ihm auch in Grenzen. Wir haben das Auge der Verderbnis eben gesehen, aber noch keine, wie heißt das, Selbstverblendung, Reflektion aus dem Jenseits, was auch immer, was ihn dann verfolgt, wo sein erlittener Schaden erhöht ist und so weiter und so fort. Also auch da spielt er durchaus mit Vorsicht, ja, genießt das mit Vorsicht und ist natürlich toll, wie er sich ja auch selber mit den Hier-Effekten und Co. über Wasser halten kann. Durchaus auch, und das sehen wir immer nicht in dieser goldenen Kuppel, das ist natürlich die heilige Nova des Priesters, sondern in dieser lilanen Kuppel, die ja ab und zu um sich rum wirkt. Das ist die Volksfähigkeit der Nachtgeborenen. Das ist nochmal ein zusätzlicher Magic-Schaden und ein Slow. Und das ist natürlich auch mega interessant, gerade wenn man so viele Mobs hier gepoolt hat und einfach nur mit der heiligen Nova, mit der Läuterung des Bösen, mit der Sühne, wenn sie ready ist und auch dem Schmuckstück, was er unten gebeindet hat, neben dem Schmelzstiegel, also neben dem Schmelzstiegel als aktiver Essenz, kann man damit natürlich wunderbar haushalten und dann immer schauen, dass man selber ein volles Leben hat und die Gegner eben nicht mehr. Einwandfreie Geschichte. Ja, das Schmuckstück ist, glaube ich, eigentlich ein Heiler-Ding, weil das kannst du quasi wirken. Dann setzt du einen nicht ganz unerheblichen Dot-Effekt auf den Gegner, der natürlich schadet und du selber stellst Mana wieder her. Und das ist natürlich eine super Geschichte, gerade für einen Diszi, weil der ist ja Heiler. Das kann man zwar jetzt auch verwechseln, weil es sieht stellenweise so aus, als wäre er ein reiner DD, aber nein. Hier haben wir gerade den Überspring-Effekt wunderbar gesehen von unserer Läuterung des Bösen, von diesem lustigen Feuerschwall, den er da auf die Gegner entfesseln kann. Und wenn du dann natürlich gerade in einer Bredouille bist, weil du zu sehr gespammt hast und du hast irgendwie keine Lust, sich irgendwie negativen Effekten oder auch einfach nur eine Trinkpause hinzugeben, dann ziehst du das Schmuckstück, ne? Und das macht dann den Gegner kaputt und dir gibt's Mana wieder. Das ist natürlich auch eine super Geschichte, gerade hier für dieses Teilstück der ganzen Stadt, sag ich mal. Man hätte auch Stadtwürde sagen können, ich sage lieber Teilstück vorne. Das ist die gehobene Wortwahl, ja, das wissen nur Touristikstudenten. So, ansonsten hat man keine Ahnung, dass das so eine Bedeutung hat. Bisher kommt er auch super klar ohne Kugel, hat wie gesagt genug Zeit, hier Elixiergetritte zu trinken, hat genug Zeit, diese Kristalle einzusammeln, nimmt sich diese Zeit auch, ja, hat noch drei Kugeln, hat natürlich auch im Talentbaum der Mutter entsprechend mitgeskillt, dass er beim Kill von diesen Elitegegnern nochmal ordentlich geistige Gesundheit dazu bekommt und guckt euch an, wie er den da wegroffelt, oder? Schön auf Range, kriegt den Flammenatem gar nicht ab, muss ich über nichts Gedanken machen. Jetzt hier zum ersten Mal die Bomben, da springt er raus über den Viertel-Effekt hier mit den brennenden Füßen und das war's, easy game. Was viele nicht wissen bei diesem Boss, und das habe ich auch erst sehr spät gelernt, diese Bomben, die auch bei Aleria dann im Fight kommen, die könnt ihr wegkicken. Die könnt ihr anklicken und zur Seite kicken. Ja, wirklich, auch hier wird es heute bestimmt wieder einige geben, die das nicht wussten, denen das nicht bewusst war, aber diese Bomben kann man wirklich hin und her bewegen. Im Umkehrschluss gibt es bestimmt auch Leute, die schreiben, hä, wusste ich schon, da waren die Visionen noch nicht mal entwickelt. Ja, das gibt es auch immer, aber das merke ich immer im Stream, Alter. Im Stream merke ich es immer, wenn Leute nicht wissen, wie sie mit Shaw und den Augen hier in diesem Viertel jetzt umgehen müssen, wenn sie das mit den Bomben nicht kennen. Ja, und immer wieder kann man was Neues dazu lernen, als Anfänger, als Pro-Gamer, ja, als jemand, der vermeintlich alles schon wusste, sei es irgendwas mit Kristallen, mit Buffs, mit Elixieren, die mal kurz und mal langlaufen und Negativ-Effekten und, ach, was nicht alles, oh, ganz gefährliche Situation, weil diese Waffenmeisterin, die macht wirklich böse, böse Schaden, und jetzt kriegt er hier Affix an Affix in die Fresse, hat zum Glück nicht da hinten noch zusätzlich gepullt, aber kriegt jetzt hier die volle Breitseite in die Fresse und hat doch gepullt. Nein, es sah so gut aus, ganz, ganz brenzlig und das ist jetzt so eine Situation, jawohl, da muss man das Hartz-CDs ziehen, da muss man Ruhe bewahren, da muss man ganz in Ruhe wirklich weiterspielen und auf sich selber vertrauen, ja, weil da seid ihr immer noch der größte Feind, wie hat das Tyrion so schön gesagt, in diesen verseuchten Hallen ist unser größter Feind die Angst, als wir in die Eiskronen-Zitadelle wollten. Und hier ist es auch so wunderbar, hat die Alte erstmal niedergefokust, viert jetzt hier, versucht sich eine Atempause zu verschaffen, ein bisschen besseres Positioning, Kontrolle reingebracht, ja. Die Kuldirana-Elite-Tante zuerst umgeholzt, zum einen ist es wichtig fürs Vorankommen hier, zum anderen ist sie ein Elite-Mob, das heißt, es gab diese rettenden 200 Gesundheit jetzt nochmal im Rahmen des geistigen Daseins, ja. Und das war ja so eine ekelhafte Kombi gerade, dass er erst desorientiert war, um auszuweichen, dann ist der Vier-Effekt vom Schatten verfolgt, von dem anderen Viertel-Affixi aktiv geworden, hat ihn gefiert, kam er nicht mehr raus, dann kam er auch aus dem Sperrfeuer von ihr nicht mehr raus, Junge. Dann kam der Bonus-Pull dazu, also Wahnsinn, wie er das hier gerade runtergespielt hat, na, da ist mir nur vom Zuschauen gerade schon die Pumpe gegangen, weil solche Situationen können immer und immer wieder passieren. Da kannst du ein super geiler Hengst sein, ja, der Über-Pro-Gamer des Jahrtausends, da kannst du Anfänger sein, da kannst du dich konzentrieren, wie du willst, ja. Scheiße passiert immer, das wissen wir in-game wie IRL und dann liegt es an einem selber, das eben zu überbrücken. Deswegen empfehle ich euch auch immer Bufffood. Gut, es gibt Bufffoods seit 8.3, was euch eben in diesen Visionen auch helfen kann, das könnt ihr im Vorfeld nehmen, dann habt ihr den klassischen 60-minütigen Buff, der dann nur durch euren Tod entfernt werden kann oder wenn ihr rechts klickt oder irgendwas anderes fresst, ne, wo zum Beispiel euer Bewegungstempo erhöht ist oder wo eure, naja, weiß ich nicht, Dauer von Betäubungseffekten verringert ist und so ein Kram, ne, alles so ein Gelöt. Fragt mich nicht, ob das 1 zu 1 tatsächlich der Realität entspricht, aber solche vereinfachenden Sachen könnt ihr euch eben reinpfeifen. Und jetzt kommt das Wesentliche und da bin ich mir tausendprozentig sicher, denn so habe ich es gespielt, dass das existiert, das gute Kebab. Also K, dann so ein alter Götterapostroph und Bab, ne, Kebab halt auf Old-Goddish, wenn man so sagen möchte. Und das könnt ihr in den Visionen alle drei Minuten benutzen und das holt euch dann nicht aus irgendwelchen Betäubungseffekten raus oder so, aber es gibt euch hundertgeistige Gesundheit. Und das klingt erstmal wenig, aber wenn ihr euch vorstellt, man ist hier eine gute halbe Stunde vielleicht drin in solchen Visionen oder das ist schon wieder ganz ungünstig, was sich da alles deckt unter ihm. Da kommt er doch, oah, aber in der letzten Millisekunde raus hier mit dem Movement Speedup über das Schild, sehr schön. Und das könnt ihr alle drei Minuten usen, müsst natürlich gucken, dass ihr nicht unterbrochen würdet. Ja, musst schauen dann, ob du entsprechend sicher bist, ja, dass kein Affix dich jetzt behindert, dass kein Ad um die Ecke kommt, irgendein Patrouille oder was auch immer. Also das muss man insofern für sich selber absichern. Und dann hat man alle drei Minuten hundertgeistige Gesundheit wieder gut gemacht, ja, und das dann so oft entsprechend benutzen zu können, da hast du im Endeffekt eine ganze Kugel gefühlt wieder drin. Ja, also das hat mir mega geholfen, hat mir geholfen, viel Ruhe reinzubringen. Und wie wir eben gesehen haben, das braucht man einfach, wenn man hier diese fünf Maskenruns machen möchte, dann muss man genau wissen, wie der Hase läuft, wie die Klasse funktioniert, ja. Und dann muss man auch wirklich einfach funktionieren in dem Moment. Und da freut sich die CSU, da freut sich die CDU, da sind wir alle Bots in so einem Momentum, ja. Da freuen wir uns einfach, dass es läuft. Auch dieses Viertel hat er soweit, trotz aller Strapazen, ganz gut bewältigt. Hier bin ich persönlich noch nie lang gegangen. Da kommt er hier jetzt raus bei dem Dicken auf der rechten Seite, sonst kommt man, sagen wir mal, normalerweise, wenn man links weitergegangen wäre, da ist dann auch nochmal ein größeres Trashpack. Dann kommt man eben von der linken Warte aus, aber er hat sich für den rechten Weg entschieden, mit der Gabe der Titanen mit einem schönen günstigen Pock, den großen Vorboss jetzt hier nochmal weggelötet. Und dann fehlt jetzt auch nur noch Shaw und dann hat er ja schon die halbe Miete auch fertig hier. So, guck mal, wie ungefährlich die Affixe teilweise aussehen können, wenn die nicht so super eklig kombiniert werden. Da das Auge der Verderbten ist jetzt noch von seinen eigenen Gegenständen geprockt, mit dem Vier-Effekt hier ein bisschen Kontrolle reingebracht, natürlich auch, um nicht zu viel eigenen Schaden zu fressen, ja, von den Mobs, die hier, jawohl, jetzt wieder zurückgestoßen werden. Da muss man natürlich auch gucken, dass man so ein bisschen Gleichgewicht hinbekommt. Und klar, als Heiler kannst du sehr gut und einfacher als andere Specs für dein eigenes Überleben sorgen, aber du musst natürlich auch ein Zeitfenster schaffen. Boah, und die Zeitfenster schafft er ja wirklich sehr gut und sehr knapp, wo du auch Schaden machen kannst. Ja, deswegen arbeitet er immer wieder mit den Vier-Effekten, versucht die Gegner zurückzustoßen, bringt sich selber in eine andere Position, versucht aber im gleichen Atemzug zu schauen, dass sein Drachenodem-Effekt richtig sitzt, der übrigens in gut zwei Minuten abläuft. Das heißt, dann kommt dieser negative Effekt des Elixiers, auch da muss man aufpassen, gerade auch in dem Fight mit Char kann das mega ekelhaft werden. Ja, dann müssen nur die falschen Affixer einmal anspringen, dann wirst du in die Augen gefiert, am besten noch in sein lustiges Schattenschneiden hier und dann bist du auch schon im Eimer, da muss man aufpassen. Wie gesagt, wenn ihr die nicht hoch genug stacken könnt, könnt ihr die auch mit Rechtsklick manuell deaktivieren, ja, und vor so einem Fight das einfach machen, damit ihr dann nicht in Fight irgendwie gestunt werdet oder was auch immer. Oder, wenn euch das ein großes Problem ist, dann im Vorfeld mit dem richtigen Buff-Hoot ausrüsten, ne, und dann mit solchen Effekten vielleicht besser klarkommen, gibt es eine ganze, ganze Menge. Ich pfeife mir gerne das rein, einfach, wenn wir gerade zu fünft reingehen, ja, was meine Bewegungsgeschwindigkeit erhöht, auch das finde ich ganz super, vor allem als Todesritter. Ja, da hast du so 1, 2 Cooldowns, je nachdem wie du skillst, wo du auch aus brenzligen Situationen schnell rauskommst. Aber wenn du generell dann mit Food reingehst, was sich 20% schneller macht, dann hast du natürlich auch wieder einiges gutgeschrieben. Ein ekelhafter Fight mit Char, einfach versuchen, den Rücken zu den Augen zu drehen. Wir sehen mit den kleinen Tippe-Schritten, wie schön er hier sowohl die Boss-Mechanik als auch die ganzen Verderbnis-Affixe gerade outplayed hat. Sehr schön, wieder 200 Verderbnis dazubekommen. Immer noch zwei Kugeln, zwei von vier Vierteln jetzt sauber geräumt, noch ein Kristall mit eingesammelt. Jetzt kann er sich eigentlich guter Dinge zurückporten, ohne jetzt hier groß was befürchten zu müssen. Nice. Ah, ja, gucke, und da kommt jetzt gerade, ne, und wie es sich wieder aneinander reiht, Verderbnis-Effekt an Verderbnis-Effekt. Dazu dann im Vorfeld durch den Auslöser natürlich der ablaufende Drachenodem-Trank, der ihn dann auch hat desorientiert durch die Gegend laufen lassen. Genau das meinte ich, ja, und schon haben wir gesehen, wie dann eben so eine Kettenreaktion entstehen kann, wo dann noch der Viertel-Affix aktiv wird. Na, ja, du bist noch desorientiert, läufst durch deine eigenen Pfützen, was auch immer, bist noch gefiert danach, ja, durch den nächsten Effekt, der aktiv wird. Dann spawnt noch dein Auge der Verderbnis. Dann rennst du noch in eine Mob-Gruppe, ja, es ist ja endlos weiter zu spinnen, was da nicht alles an Mist passieren kann. Und hiermit kennt er sich natürlich aus, die versenkten Füße und wieder der Käfer-Affix. Die grabenden Tentakel in diesem Viertel, nach wie vor sehr ekelhafte Kollegen. Wenn ihr die einmal geaggroht habt, dann werden sie euch verfolgen, zum einen in euren Träumen, zum anderen, wenn ihr nicht an denen dran steht, graben die sich immer genauso ein und brechen dann unter euch hervor, auch je nach Affix, je nach Slow, je nach negativen Verderbnis-Effekt, der auf euch gewirkt wird, kann das super ekelhaft sein. Deswegen immer versuchen, in der Nähe von den Dingern zu bleiben. Dann kriegt man zwar 1, 2 Hits in die Fresse, aber die sollten auszuhalten sein. Dafür gehen euch die Dinger nicht mega auf den Sack. Denn zum einen kann es blöd laufen, wenn man viele davon hat, dass man es vergisst. Dann graben die sich unter euch, kicken euch hoch, machen ordentlichen Schaden. Ja, zum anderen, wenn die abgetaucht sind, könnt ihr natürlich selber keinen Schaden auf die machen, außer ihr habt laufende Dots drauf. Und da haben natürlich auch nicht alle Klassen, nicht alle Specs irgendwie, jetzt ordentlich viel vorzuweisen. Und dementsprechend sollte man gucken, dass man vor allem auch zeitlich diese Teile gut im Griff hat und nicht da 5 Stunden irgendwie an so einem Tentakel beschäftigt ist, weil sich das immer wieder eingräbt und dann mehr unter der Erde ist als oben drüber. Das wäre sehr, sehr traurig. Dann haben wir hier zwar unseren eigenen Diktat-Tunnel 2.0, aber damit wollen wir natürlich hier im Sturmwind nicht viel zu tun haben. Das Viertel hier muss so gut wie gänzlich freigeräumt werden, meines Wissens nach. Denn im Folgenden müssen wir ja nicht nur die beiden Viertelbosse hier besiegen oder den Miniboss und den Endboss, wenn man so möchte, sondern auch die Gefangenen aus diesen Käfigen befreien. Das heißt, hier können wir nicht groß hin und her skalieren und gucken, ob wir eine Mobgruppe auslassen oder ob links jetzt vielleicht eine Sekunde schneller geht als rechts. Das kann man hier vielleicht immer noch sehen, auch je nachdem, wie man seine Cooldowns entsprechend einteilt. Aber an sich muss hier eben alles weggeballert werden. Und wir sehen auch hier, diese Kontrolle, die er einfach hat, ist wunderbar mit anzusehen. Da merkt man, da kommt man nicht groß ins Schwitzen. Auch da wieder zwei grabende Tentakel. Ja, wir sehen, er weiß das auch sehr genau, dass sie, je nachdem, wie er jetzt hier auch flitzen und dodgen muss, oh, da sehen wir es schon, knock up. Und dann gibt es in die Fresse dazu die anderen Affixe, Freunde. Ganz ekelhaft, sollte natürlich vermieden werden. Und er hat direkt seine Dots draufgesetzt. Das ist egal, was mit denen passiert, dass sie erst mal ein bisschen gleichmäßig runterticken. Versucht jetzt hier, die Tierchen weiterzuziehen, Freunde. Er wollte gerade Pollenallergie kicken, mir meine Stimme klauen. Lass ich aber nicht zu. Eiskalt nicht, Freunde, wenn ihr in den verstörenden Visionen unterwegs seid, dann kriege ich auch die verstörende Pollenallergie hin. Easy game. So, wir machen das gemeinsam. Ich, ihr RL und ihr in Sturmwind. Das wahre RL also. WoW, die wahre Realität. Grüße gehen raus an Sternborg an dieser Stelle. Grabende Gliedmaßen, wieder am Start. Es dürfte aber die letzte sein. Dann hat er hier zumindest diese ekehaften Viecher soweit durch. Oben, glaube ich, noch eine kleine Gruppe. Dann die beiden Bosse. Dann muss er hier nur noch alles befreien. Und dann sollte das soweit auch funktionieren. Das Schöne ist natürlich, dass er über seinen Schmuck, über diesen Schatten begleitet, den er beschwören kann. Gerade auch in den Stun-intensiveren Phasen, beziehungsweise einfach in den Phasen, wo man nicht viel machen kann, wie in diesen Kettenmomenten beim Endboss hier. Ja, wo man einfach nur wegrennen muss, weil er einen sonst ranzieht. Und dann Silence. Und natürlich große Teile geistige Gesundheit abgezogen werden. Und das ist natürlich super, wenn man so ein paar Sachen ticken hat. Ja, irgendwie ein Schmuckstück, was man aktiviert. Oder generell ein paar Dots. Oder irgendwie ein Begleiter, der Schaden macht. Oh, jetzt muss er doch gucken hier. Sehr nervig, sehr ekelhaft. Und das ist natürlich geil, auch als Diszi. Selbst wenn du rumgekickt wirst, dann kannst du halt keine heilige Pein benutzen. Benutzt du deine Sühne. Die kannst du ja aus der Bewegung herauskanalysieren. Und dadurch hast du hier natürlich schon mal einen großen Vorteil gegenüber anderen Heilern. Gut, als du, du kannst ja auch den Mond- und Sonnenfeuer spammen und so weiter und so fort, ja. Aber heilige Pein ist dann natürlich nicht mehr möglich in der Bewegung. Jetzt die Gabe der Titanen. Und deswegen traut er sich auch, den Kollegen hier zu pullen. Sehr, sehr schön. Gleich beide Schmelzige rein. Guckt euch an, wie viel Tempo der hat, Junge. Heilige Pein an heilige Pein. Alter, das ist ja komplett geisteskrank. So schnell esse ich vielleicht Pommes, aber so schnell cast ich doch nicht. Wahnsinn. Nächsten Kristall gespottet. Und wir sehen wieder eine Kugel gespart. Wunderschöner Proc von der Gabe. Da muss er sich keine Gedanken machen. Ansonsten kann auch dieser kleine Boss hier sehr problematisch werden. Der kanalisiert nämlich sehr, sehr schnell hintereinander einen Zauber, der euch kontinuierlich geistige Gesundheit abzieht, als ob ihr in so einer leeren Pfütze stehen bleibt. Und das kann natürlich dann sehr, sehr schnell sehr, sehr ekelhaft wieder werden. Eine Kugel wird er, denke ich mal, nicht stellen. Nein, er traut sich. Er traut sich mit dem Schiss, mal, Freunde, an den Endboss dieses Viertels. Das wissen wir, das ist so ein bisschen mittelalterlich. Warst du kacken? Nein, wir sagen hier, ich schiss mal. Das ist ganz wichtig. Und mit der Kraft des Mittelalters, jawohl, versuchte er so ein bisschen auch die Sicht nochmal zu blocken. Problem dabei mit den Masken. Natürlich läuft man dann in sein eigenes Verderben, in die eigenen Voids, aber braucht ihn gar nicht groß interessieren. Umgehauen. Schiss mal. Ist ein Talent, was man skillen kann als Diszi. Das ist auch so eine Art Dot-Effekt. Die setzt ihr auf den Gegner. Und solange das läuft, leider nicht lange, erleidet er entsprechend mehr Schaden durch eure Zauber. Und das wissen wir beim Diszi. Wenn wir natürlich Schaden verursachen, heilen wir also doppelte Arschkarte für den Gegner, doppeltes Glückselos für die Gruppe. Der Diszi macht mehr Schaden und alle Betroffenen kriegen mehr Heilung. In dem Fall unser guter Grommel nur selber. Der gute Pilger hier, by the way, weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Aber das ist schon eine gute Sache, vor allem, wenn man dann eröffnet und dann alles reinklatscht, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Da ist man sich auch nicht zu schade, schön Schmelztiegel an Schmelztiegel zu rein. Wunderbar. Ich finde es auch sehr schön, wie er diesen versenkte Füße-Affix wirklich auch zu seinen Gunsten benutzt. Sei das hier, um die eigenen Voidpools zu überspringen. Sei das vorhin, um dieses Minenfeld irgendwie ein bisschen zu umgehen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Also ich bin mir zum Beispiel nicht sicher, in solchen Situationen, ob ich den Big-Brain-Moment hätte stemmen können, um quasi bei diesem Minenfeld den Affix zu nutzen, um mich auf das Treppengeländer zu katapultieren. Ja, und wenn du dich da einmal falsch hinstellst, dann bist du auch recht schnell am Arsch, liebe Leute. Es gibt auch verschiedene Add-ons, die habe ich zwar alle nicht im Kopf, aber er hat hier zum Beispiel auch so einen TomTom-Wegpunkt, um sich eben anzeigen zu lassen, wo es jetzt hingeht. Es gibt auch Maps, die entsprechend, wie diese ganzen Kräuterkunde, Farmhuten-Add-ons und so, ja, die mögliche Spawnpunkte von diesen Kristallen in den jeweiligen Vierteln markieren. Die sind meines Wissens nach nicht immer an denselben Positionen. Und ich bin ja eigentlich auch hin und weg, dass ihr überhaupt die Zeit findet und diese Zeit dann auch nutzt, um die noch mit einzusammeln. Ja, also das spricht eben auch von einem kühlen Kopf, von sauberem Management hier. Kann auch ganz anders aussehen, behaupte ich jetzt. Vielleicht sitzt ihr auch die ganze Zeit panisch schreiend vom Rechner und braucht eben unbedingt diese Kristalle und will ganz dringend seinen Mount oder seinen Rucksack noch haben oder noch den letzten Mini-Talentpunkt aus dem Baum der Mutter rausquetschen oder was auch immer. Freunde, deswegen spielt, wie ihr wollt, aber quetscht bitte nicht seltsame Sachen aus euren Müttern raus. Das wäre mein Wunsch an dieser Stelle. Das Tolle ist auch, er spielt hier mit dem schönen Machtwort Glanz war das, glaube ich. Und wie hieß das andere? Ah, dann ist dieser kleine Blitz, den er ab und zu nach vorne schießt. Und der macht auch Schaden, Spontanzauber, super Sache. Und der stellt auch Mana wieder her. Das ist geil. Das heißt, wenn ihr da ein Spontanzauber im Laufen wirkt, macht er nicht nur Schaden, heilt euch nicht nur, wenn er die entsprechenden Effekte auf euch aktiv hat, beziehungsweise den entsprechenden Effekt. Wollen wir ja mal nicht lügen. Er ist zum Glück nur einer. Ja, stellt euch vor, liebe Discis, ihr müsstet mehrere Effekte auch noch auf den verbündeten Zielen aktiv haben, damit die Heilung ankommt. So weit kommt es noch. Bitte nicht Shadowlands. Bitte nicht. Ich weiß, es kommt viel Neues, es kommt auch viel Altes, ja. Aber bitte nicht ganz verrückt werden. Beim Design unserer Disci-Freunde vor allem. Und da ist natürlich nice, dann im Laufen einfach das Ganze zu überbrücken. Ja, und dann mal eben so Lichtschelle, irgendwann ein bisschen Mana wieder. Und dann, oh, jetzt den Affix noch mal mitgenommen. Das kann auch hier in diesem Viertel sehr gefährlich werden. Ja, hier sehen wir es. Da kommt nämlich schon der Smash von unserem gesichtslosen Freund. Oh, oh, oh. Und dieses Viertel ist auch ein sehr ekelhaftes. Zum einen haben wir super oft, wie auch hier, einfach eine asoziale Affix-Kombination. Zum anderen sind die Mobs hier wirklich super, super reulich. Auch der, den er jetzt angehen möchte anscheinend. Er möchte jetzt hier wieder das Stellen einer Kugel vermeiden. Hat jetzt ja über den Trank noch mal 100 Gesundheit dazu bekommen. Boah, und guckt mal, wie der schon down droppt hier, bevor er unseren Priester überhaupt erreiht. Oh, da kommt der Atem. Ganz ekelhaft, wie auch der rote Blub im Agar-Viertel, was wir freikämpfen müssen in den Visionen von Orgrimmar. Das ist genau derselbe Kollege, nur nicht rot, sondern lila. Oh, Junge, was war das denn? Das war ja reingelackt, sein Urgroß. Oh, wer habt ihr das? Junge, da kann ich gar nichts zu sagen. Oh mein Gott, da verknotet sich meine Zunge ja endgültig. Alter, das hätte gerade das Ende gewesen sein können. Das, das hätte das Ende sein können, gewesen, Tutenteen. Oh mein Gott, super sauber. Super sauber reingelackt. Das kann man ja gar nicht anders formulieren, wie er mit dem kleinen C eigentlich in den Abbildern schon stand, die ihn desorientiert und die folgenden Effekte dann mit Sicherheit getötet hätten. Und er denkt sich, ne, ich bleib dann den Moment stehen und dann stepp ich ganz einfach hier rein. Raus. Wow. Es gehört auch ein bisschen Glück dazu. Warum denn nicht? Natürlich. Glück in der Liebe und Glück im Spiel, Freunde. Da sind wir doch gerne dabei. Finde ich klasse. Und das war wieder so ein Moment. Also ich hätte geschrien. Hätte geschrien, hätte meine Maus an die Wand geworfen. Ne, so bin ich zum Glück nicht. Ja, bin ja kein Konsolenspieler. Lul, muss ja alle drei Sekunden meinen Controller schrotten. Lachkick. Aber das sind schon die Sachen, da leidet man mit. Ja, da leidet man wirklich sehr, sehr mit. Und ich bin froh, dass ich sowohl Stormwind als auch Orgrimmar recht schnell im Solo-Clear auch hatte und mir den Kram jetzt nur noch von euch ansehen muss und selber genug auch geschwitzt habe. Da bin ich echt sehr froh drüber. Auch bei euren M-Plus-Replays und Co. Ne, dass ich euch auf ganz entspannter Basis zusehen kann. Natürlich auch mit Leide und mit Schwitze, aber eben nicht mehr selber live das Ganze so zelebrieren muss in diesem Ausmaß. So bei fairerweise M-Plus habe ich das natürlich auch noch nie probiert. Wobei wir momentan zum Zeitpunkt dieser Aufnahme Anfang April dabei sind und schauen wegen einer günstigen Affix-Woche, ob wir nicht doch mal so die 15er probieren. Ne, die 15er-Keys. Wenigstens mal probieren. Muss ja nicht immer sofort funktionieren, aber wenigstens mal reinschauen. Gibt ja auch Erfolg und Reitier und so, ja. Und eigentlich sind wir ja so die loddrige Lulli-Truppe, würde ich jetzt spontan sagen. Aber manchmal, wenn wir wollen, dann können wir auch echt alle. Ne, die Frage ist nur, können und wollen wir wirklich alle 15er-Keys lang. Das bleibt abzuwarten. Sehr schön, da sollte man auch dran denken, die Kugel kann man zwar innerhalb eines Kampfes nicht stellen, steht sie aber einmal. Dann erfüllt sie auch ihren Zweck, egal ob In-Fight oder Out-Fight. Das heißt, man kann dann wunderbar die nächsten Mobs dazu pullen. Was in dem Fall jetzt relativ egal ist, weil die Gabe der Titanen auch gleichzeitig wieder anging. Wissen wir, Mega-Tempo-Bonus, ja. Und dazu natürlich auch noch Immun gegen Verfall von geistiger Gesundheit. Deswegen ist er jetzt auch schnell hier noch hochgerannt und geht den nächsten Mob an. Auch der kann super ekelhaft sein mit seinen Cast. Der beschwört Ads, der beschwört einen Feuerregen. Oh, und da hoffen wir mal, dass die Abbilder jetzt zeitnah verschwinden, dass er da auch raussteppen kann, weil auch der ist alles andere als angenehm. Und umso länger dieser Fight dauert, umso mehr Feuerregen kommt natürlich, umso mehr lustige Ads trachten euch nach dem Leben und so weiter und so fort. Super ekelhafte Geschichte, aber auch das hat er hier im Griff und wird belohnt vom Universum oder einfach von einem positiv gespawrten Affix mit dem Ausgang an der richtigen Stelle. Jetzt geht es eigentlich, nein, er möchte noch ein paar Kisten mitnehmen, natürlich, aber eigentlich geht es jetzt jenseits von Kisten und Kristallen nach oben in den Turm und auch da auf dem Weg dahin kann wieder ein Haufen Mist passieren, ne, wenn jetzt ihr auf dem Turm zum Beispiel seid, gerade auf diesem Bogen und den hochreitet und dann kommt dieser Affix, er müsste auch stehen bleiben, dann spawnen auch noch diese Abbilder ein bisschen versetzt und so weiter und so fort. Auch da hat er noch einen Kristall, den nimmt er mit, nimmt sich hier auch die Zeit und allzu viel darf er jetzt auch gar nicht mehr passieren. Das ist ja sein letzter Boss hier und wenn er, oh, 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 na, 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 ja, gucke da, sehr, sehr schön, das war wieder so eine Geschichte mit ganz kleinen Tippelschritten, ja, nur die Zehenspitze berührt und nicht mal die eigentlich, nicht mal die Zehenspitze berührt, so ein bisschen diesen Affix und jetzt geht es an unseren Magister und den fightet er hier vorne in dem Raum, das wäre mir persönlich zu risky, wir hatten schon mal die Situation in Orgrimba, dass wir den Endboss dann so weit rausgepullt haben, leider, dass er einfach resettet ist, ne, wir rein mit HCDs und dann kamen ja die Schweinchen beim guten Thrall, wenn ihr Rexha, Rexha, Rexha vorne vorher umhaut, dann hat der gute, oh, ja auch seine Schweinchen dabei und die machen so einen Sturmangriff mit einem kleinen, naja, Rückstoß eben und dann ist unser Tank reingegangen, ja, und wurde gleich wieder rausgekickt und dann ist er despawn, deswegen, okay, good to know, dass man hier auch vorne ohne Reset anscheinend den guten Umbrick fighten kann, das ist schon ganz toll, weil dieser Fight ist einfach ekelhaft, ja, als Dizzy hast du nicht so viele Kicks, kannst du ja auch die Verwandlung nicht kicken, läufst dann in deiner eigenen Sotsch rum, kriegst die Effekte in die Fresse, also da sollte man auch gucken, dass man nicht zu hoch pokert, dass man sich beeilt, hat er ja auch gemacht, er hat keine Zeit auf der Brücke, auf dem Aufgang groß verschwendet, weil das hier kann schon wirklich ein Fight sein, der an eurer geistigen Gesundheit mehr als nur zerrt, auch hier kann man nicht unterbrechen, da wäre fast nochmal eine Verwandlung durchgekommen, wir haben es gesehen, da wurde auch gerade wieder der vom Schatten verfolgt, Affix ready, das heißt, wenn er jetzt geschiebt worden wäre, wäre er gleich noch gefiert worden, Umbrick hätte seine lustigen leeren Geschosse hinterher gesetzt, das hätte auch wieder was abgezogen, also super ekelhaft, da kann so viel Scheiße passieren, ja, deswegen reingehen, konzentrieren, wegböllern und dann wartet eigentlich nur noch Aleria und auch die könnt ihr dann platt machen, weil die verfügt über die Fähigkeiten, die ihr bisher schon gemeistert habt, bei den anderen Bossen, nur eben alles auf einmal, toll, oder? Dark Souls, Junge, Dark Souls, sein Onkel, denkst du, ja, Aleria, nette Phase und dann wechselt sie alle drei Sekunden die Fähigkeit, ich raste aus, so, ordentlich Andenken gegönnt ihr nochmal, jawollo, schön das Konto füttern und dann geht es jetzt zu unserer Endboss-Tante, möchte er noch einen Trank mitnehmen, nein, was hat er an Buffs noch aktiv, sehe ich denn noch welche, die übrig sind, ich sehe gerade gar keine Großzatzee, oder doch den einen, glaube ich, mit dieser orangenen Fessel, war auch irgendwas von wegen Bewegungsgeschwindigkeitsgelöt oder eben so ein bisschen Gesundheit wiederherstellen, ja, was auch als Heiler angenehm ist, irgendwie alle fünf Sekunden einfach mal zwei Prozent regenerieren, warum denn nicht? Er wird sicherlich jetzt noch eine Kugel stellen, oder? Wird er auf dicke Hose machen und ohne die Kugel versuchen, mit diesem Vorrat zu fighten, Gabe der Titan ist angegangen, oh, da würde er sich natürlich wünschen, dass der Fight jetzt schon losgeht, aber er kann mit der Gabe, mit der Kugel hier eröffnen, das ist super, kann die Position halten, ja, muss auch gar nicht so groß jetzt aufs Auge achten, ist ja immun gegen den Verfall, muss nur mit den kleinen Schadensticks an sich klarkommen, da kommen die Bomben, die kickt er auch noch weg, jawohl, ich wollte gerade sagen, die kann er auch ignorieren, als Range natürlich, aber nein, er bleibt an der Leere ja stehen, gerade wenn man diesen Drachenodemtrank dabei hat, natürlich eine geile Geschichte, um da ein bisschen Bonusschaden zu verursachen, und wir haben es gesehen als Diszi, da musst du natürlich, wenn du dieses Rückstoßgelöt geskillt hast, das Auge kommt einfach hinter die Säule geflogen, ja, auch eine freche, freche Geschichte hier, da musst du nicht mal diese Bombenkästchen anklicken, ja, um die wegzustoßen, da kannst du einfach auch generell mit Fähigkeiten, auch der Druide wohl, laut euren Aussagen mit Taifun, kann die zum Beispiel wegkicken, ja, und dann hat man natürlich ein bisschen mehr Platz bei Aleria, und wenn dann nur die eine Ecke brennt, dann hat man movementtechnisch natürlich deutlich weniger Probleme, oh, brenzlig wird es eben, wenn sich alles überschneidet, aber er hat es nach wie vor gut im Griff, Dots sind soweit draufgesetzt, HCDs wurden da reingeböllert, ne, da sind einfach gut geprockt, jetzt mit Hinblick auf die Gabe, und er hat es hier super vorbereitet, er hat auch noch ausreichend geistige Gesundheit, solange er jetzt nicht alles frisst, oh, und das ist natürlich eine super unangenehme Situation, jetzt, da kommen auch die Bomben rein, zum Glück nicht direkt der verdunkelte Himmel, da wäre er nämlich nie rausgekommen aus den ganzen, boah, aus den Voids, ja, das kann er machen, Junge, das war ja viel zu aufregend, da habe ich ja fast schon wieder mein gesamtes Sprachzentrum verloren, hör mal, da habe ich ja fast mein ganzes Sprachzentrum am Ende wieder verloren, da kriege ich so einen Hals, Junge, da mache ich um das Zentrum einfach Zement rum, so, das ist nämlich der Rhyme, den ich mir jetzt irgendwie auf den Unterarm tätowiere, und den ich dann immer ablecke, wenn ich nervös bin, Freunde, dann funktioniert das, auch mit den Visionen deutlich entspannter, sehr, sehr schöner Run, auf jeden Fall, sehr schöner Run, mit risikoreichen Einlagen, ja, wir haben gesehen, es kann super schnell zu Ende sein, egal was ihr spielt, egal wie gut ihr seid und so weiter, da muss ich nur einmal irgendwas überlappen, und wir sind keine Maschinen, ja, wenn die Zeitachse lang genug ist, dann sinkt irgendwann die Überlebenswahrscheinlichkeit von uns allen auf Null, das ist im Real Life so, das ist auch im virtuellen Bereich so, deswegen konzentrieren, vorbereiten, an alles denken, was wir an positiven Effekten eben da mitnehmen können, von Buff Food, über Fläschchen, über sonst was, ja, und dann einfach Attacke, crazy, als Dizzy, sehr, sehr cool, mit der richtigen Verderbnis, ja, mit den richtigen Talenten, super nice, auch dann nebenbei einfach diese Bomben weggestoßen, ein bisschen mehr Platz gemacht, fand ich einfach klasse, vielen Dank fürs Zuschicken, vielen Dank fürs Zuschauen, und euch viel Glück bei euren eigenen Visionen, bleibt gesund, und bis zum nächsten Mal, Tschüss.